Jojo und der Professor haben ja auch einen Bildungsauftrag, das ist doch klar. Wir sind hier am Lake Bled oder Lake Bled oder so. Das ist auf jeden Fall in Slowenien und das ist der absolute Touriot-Spot in ganz Slowenien. Alle Chinesen, alle Amis wollen hier unbedingt her. Ich weiß nicht warum. Also ja, die Burg und so ist ganz nett, aber Slowenien ist auch ein Gernerland. Du zahlst überall Parkgebühren, du darfst dich nirgendwo hinstellen. Eine Stunde, fünf Euro und das ist noch ein guter Kurs. Und essenstechnisch, naja, ist natürlich auch nicht günstig an so einem Touriot-Spot, aber die Hütte ist voll. Die Leute liegen hier an der Hauptverkehrsstraße, denn ein Bled liegt an einer Straße und der ganze Verkehr der Touris fährt hier einmal so durch. Also wer hier Urlaub macht, an alle Fußball-Asis, lasst es. Auch wenn die Freundin es vorschlägt, ist es einfach viel zu teuer, viel zu laut und hat überhaupt nichts mit idyllischem Urlaub zu tun. Nicht, dass der Prof das gerne macht, aber gefährlich ist es hier auch. Mich hat gestern eine Bremse gestochen, sonst könnt ihr mal raten, an welcher Hand. Ich habe Micky Maus Hand. Ah, da ist wieder richtig viel Süff dran. Also, Lake Bled in Slowenien. Völlig gehypt, aber eigentlich viel zu teuer, viel zu voll, viel zu viele Autos. Braucht mich jetzt nicht so vom Hocker. murdered. brar bad brown boot halt Vielen Dank.